Musik Wer sich unsere Italianer in Algerien anschaut, wird eingeladen mit nach Algerien zu kommen. Wir erleben dort Typen auf der Bühne Charaktere, die von Rossini natürlich entsprechend überzogen sind, charmant überzogen sind und die empfangen uns auch hier. Und ein bisschen Märchen aus Tausend und Einer Nacht sehen wir auch. Musik Die Musik von Rossini ist so fröhlich, so lebendig, so voller Leben, dass ich es sehr mag, Rossini-Opern zu inszenieren. Dazu machen sie einfach gute Laune, also da hat Rossini schon sehr schöne Dinge entwickelt. Musik Egal wo man hinschaut, wenn man als Zuschauer im Zuschauerraum sitzt, es wird einem nie langweilig. Es gibt immer irgendwas zu tun, es gibt wahnsinnig viele Details, es gibt unglaublich viel Bewegung und dadurch diese Energie. Und ich finde, dass das in dieser Produktion durch das Team, das außen herum war, unglaublich gut zusammengekommen ist. Musik 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 Musik